So, es geht direkt weiter. Heute immer noch mit dem Kackspasten, der sich weder begrüßt, noch sich verabschiedet am Ende der Folge. Kaufen wir noch eine Runde ein. Kupfen kaufen. Pistole. Verfassort, Kunst. Kupfen ist hier. Kupfen, Kupfen. Kupfen, Kupfen. Kupfen. Kupfen, Kupfen. wenn nicht schlecht kopf noch eine mp und eine schrottwintel ist natürlich auch ganz wichtig kopf noch eine schrottwintel ist fertig geile autos mit dem kann ich nicht mehr driften alter ich bin genau hinter dir alter da und tschüss ich bin grad irgendwie in die in die diese sagen ich bin grad irgendwie ins ins in die frontscheibe reingeschwungen habe ich hingesetzt ins auto ja das machen die hier und 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 Aber nicht so schön, ne? Aber wo muss man denn hier rein? Da! Und dann, hm? Und dann, hm? Und dann, hm? Und dann, hm? Dramatisch, wie das hier ist. Was halt noch, was ich schon wieder, weil wir hier nicht mehr haben? Ich weiß ja nicht, was soll ich da mir nicht dran ziehen? Ich weiß ja nicht, was soll ich da mir nicht dran ziehen? Oh, die Schuhe gehen ja mal so gar nicht, Alter. Damn, Kampfstiefel, Alter, Fatal. Ich weiß ja nicht, was soll ich da mir nicht dran ziehen? So. Du schon fertig? Ja. Ich weiß ja nicht, was soll ich das? Ich weiß ja nicht, was soll ich nicht, was soll ich da sein lassen? Wie geht's nicht, was soll ich da sein? Ist es schon draußen? Ja. Alter. Wenn er das Ding besitzt, kann er es abfüllen. Meiner. Such dir ein eigenes Auto, weil du brauchst ein eigenes Auto. Huiuiui. Auf zum Rimjobs. Autoschrauben. Wohin müssen wir jetzt? So Rimjobs, das müsst ihr dir aber auch anzeigen eigentlich. Könntest du mal aufhören, Leute zu überfahren? Wenn wir auf die Straße gehen, kann ich nichts mehr. Das müssen erstmal bekanntheitlos werden. Wir müssen erstmal vorne in den Laden reingehen. Ohne Auto, rausfahren. Rausfahren. Aussteigen. Und jetzt rein in den Laden. Ja. Was für ein Auto holen. Aufschlössgaragentor. So. So, ich hab 1500 zur Verfügung. Knietötern jetzt. Knietro. Knietro hauen wir auf jeden Fall rein. Ich brauch ein neues Auto, ein anderes. Hier mal kurz eins suchen, ja? Ja. Ja, mach das. So, mehr kann ich mir bis jetzt nicht leisten. So, ich hab mir jetzt mal deutlich mehr Drehmoment gegönnt. So, und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.